Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen mal wieder Clash Royale und ja ich wusste nicht was ich machen soll und deswegen habe ich ein Video gemacht und wir spielen wieder gegen dem Level 10er und wir sitzen gleich wieder die Banditen. Komm schon mal, du schaffst es. Okay, gut Schaden macht ihr auf jeden Fall. Ich versuche jetzt einfach mal Alex hier zu sparen, damit ich auch mehrmals kontern kann, weil damals, ich habe meine ganz alten Clash Royale Videos mal angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass ich jedes Mal sofort hintereinander wieder gemacht habe und das ist überhaupt nicht gut. Boah, sogar schon Level 11. Ne, ist klar. Okay, also die haben schon mal einen Turm von mir. Das ist ja klar. Aber was soll man machen? Ganz ehrlich, was soll man gegen den Level 11? War das? Ja, ja. Was soll man dagegen machen? Okay, also die haben auf jeden Fall jetzt einen Turm von mir. Ja. Alles klar, meine Bandite macht einfach so ein Typ, äh, wie der, wie der meine Nummer? Ich glaube, na auch nicht, ich habe tatsächlich den Namen vergessen. Auf jeden Fall, meine Bandite macht einfach ein, ähm, Henker kalt. Hießen die nicht so, Henker? Ich glaube schon, ne? Ich habe Bock zu feiern. Wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Es ist uns auch bei Übel, bringt uns den nächsten Kübel. Ja, Leute, ich kann so gut singen, ne? Also ich brauche auf jeden Fall einen zweiten Turm. Das steht schon mal fest. Ah, aber ich werde noch nicht schummeln. Es kommt bald. Also die beiden Karten, die wir jetzt hier haben, die brauche ich... Das hat sich geräumt, Digga! Ich bin ein richtiger Gangster. Okay, so oder so. Wir tun wirklich alles rein. Whisky süß und Whisky sauer. Hauptsache, wir werden blauer. Und ne Pulle herum. Wir werden total verkacken. Nur wegen meinen Taten haben wir total verkackt, denn ich bin so dumm. Auch wenn wir gerade mehr Schaden gemacht haben. Alles klar. Wir haben viel mehr Schaden... Okay, ich übertreib's gerade. So viel Schaden haben wir auch mal wieder nicht gemacht. Und wir haben gewonnen. Tja, Leute, legt euch nicht mehr an mir an. Okay, das war ein Scherz. Tut mir leid, ich bin ein bisschen zu aufgedreht mal wieder. Alter, Leute, ich bin bei der Arena 10. Die Geräusche, die ihr gerade im Hintergrund hört, ist mein Kater. Leo, Mann. Das hört sich irgendwie lustig an. Leo, jetzt übertreib's bitte nicht, okay? Also mal gucken, ob er wieder gewinnt. Das bezweifle ich. Aber dieses Video geht etwas länger. Hoffe ich. Okay, viel zu spät gesetzt. Viel zu spät gesetzt. Ich setz einfach mal Pfeile. Das kann man richtig leicht kontern. Das kann man richtig leicht kontern. Leicht kontern, nicht schlecht. Ach, Leute. Ich versuch mich jedes Mal zu verbessern. Aha, der hat einen Spiegel. Trotzdem habe ich mehr Schaden gemacht als du. Ein bisschen viel. Äh, mehr. Äh, ja. Also bisher ist der eigentlich... ...nicht so schlecht. Der Gegner. Aber auch nicht gut. Guckt mal, wie viel Schaden ich gemacht hab. Okay, er hat jetzt etwas mehr Schaden gehabt. Wieso gehe ich eigentlich immer nach den Schaden? Das geht mir dann so voll auf die Nerven. Jedes Mal sag ich, ey, guck mal, wie viel Schaden der gemacht hat. Ne, ey, viel mehr Schaden und so. Ey, das geht mir dann dann selbst so auf die Nerven. Und wir haben Schuhe, äh, Tor und Schuh. Oh, ich soll unbedingt... Ich muss unbedingt aufhören, mir verarschen anzugucken oder sonst irgendwas, wenn ich ein Video mache. Das war gerade komplett falsch gesetzt. Egal, Tor gegen Tor. Es wird spannend. Oh, du Penner. Ey, jedes Mal mache ich nur Fehler. Mm, 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 mm. Ist klar. Komm, schon, mach wenigstens... Nee, ne? Whisky-Suss und Whisky-Sauer. Hauptsache, wir werden blauer. Okay, wir werden verkacken. Der kontert nämlich gerade sein Zeug hier weg. Okay, zack. Nein, nein, nein! Okay, das war gut. Äh, Whisky-Suss und Whisky-Sauer. Hauptsache, wir werden blauer. Ja, nee, ist klar. Guck mal, wie viel Schaden der andauernd macht. Obwohl, mein Gegner macht gerade extrem viel Scheiße. Weil er, äh, ähm... Er kämpft nämlich gerade mit... Alles klar, was macht der denn da, sag mal. Jetzt weiß ich wenigstens, wie der immer am Kämpfen ist. Der Gegner, meine ich jetzt. Den Gegner. Ja, wie auch immer. Whisky-Suss und Whisky-Sauer. Hauptsache, wir werden blauer. Oh, oh. Ah, alles klar. Okay, Leute. Das sieht jetzt gerade etwas behindert für uns aus. Aber ich gebe noch nicht auf. Oh, dieser Blitz ist cool bei der Verlängerung. Muss ich ehrlich zugeben, das mag ich. Dass ich mal höher gehen. Entschuldigung. Was? Nein, nein! Wir verlieren! Nein, 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 nein. Wir verlieren. Wir verlieren, Leute. Wir verlieren. Na, wieso verlieren wir jetzt auf einmal? Okay, wir gewinnen. Oh, es war so knapp. Oh, tschüss. Guck mal, Leute. Wir sind bald tatsächlich in Arena 10. Guckt. Das heißt, wir müssen nur noch... Warte. Er setzt den Kampf gewinnen. Da müssten wir nur noch viermal spielen. Fünfmal. Ja, einmal mache ich noch. Und danach auch schon wieder gegen den Zehner. Der sogar noch zwei Trophäen mehr hat als ich. Okay, ich weiß jetzt nicht, was für... Okay. Ähm. Das sage ich jetzt mal nichts. Ey, wie kann man die Lakaien schon auf Level 11 haben, ey? Wie viel Schaden machen die denn? Wie viel Schaden machen die denn? Okay, Leute. Wir verlieren. Wir verlieren zu 100%. Äh, keine Chance mehr. Wir haben auf jeden Fall keine Chance. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wir haben Grund zum Verlieren. Ich melde mir hier kleinen Spacken, Alter. Was? Was? Jetzt habe ich Respekt. Was? Ich verstehe... Hä? Wie macht der das? Ach so, Spiegel. Genau, ja. Stimmt, ja. Wir haben ein Spiegel... Ja, komm, komm, komm. Einfach nur Schlag. Einfach nur Schlag, komm. Noch ein Schlag. Juhu. Uh, gut gemacht. Wir haben fast gewonnen. Und ja, Leute, es macht mich glücklich. Habt ihr ein Problem damit? Nein, Scherz. Okay, jetzt komm. Und... Boah, Mann, gut gemacht. Also bisher sieht es etwas schlecht für uns aus. Vom... Äh, Riesenturm jetzt her, gescherts. Äh, her, meine ich. Aber ich gebe mir noch nicht auf. Und ich meine es ernst gerade mit dem noch nicht. Weil wir haben nicht wirklich mehr... Viel Chancen. Okay, das ist gut. Die Lackanode macht die jetzt platt. Setzen wir Pfeile. Scheiße. Wir haben noch ein Tor. Jetzt ist er noch den großen plattkriegen. Alles klar. Egal, das EGT-K-Down. Der Tor... Äh, nee. Doch, nee, 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 nee. Okay, Leute. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wie wir kämpfen. Da gewinnen wir. Na, mach ihn platt. Komm, komm, komm. Okay. Gutes Spiel. Oh, ich denke an Dorthin, wir verlieren, aber wir gewinnen. Oh, wir sind so gut. Okay, wir machen einen Kampf noch. Das ist jetzt wirklich der letzte. Neuner gegen Neuner. Okay, der scheint schon etwas stärker zu sein, der Typ hier. Aber es sollte uns ja nicht jungen. Oh, nee, ne? Okay, wir werden vielleicht nur gewinnen. Okay, wir werden vielleicht gewinnen. Ich wollte Ihnen sagen, wir werden gewinnen, aber der hat einen Elixiervorteil. Das heißt, mit anderen Worten, haben wir nicht so die große Chance. Angst. Auch wenn wir eigentlich von Schaden her einen kleinen Vorteil haben. Ähm, ja. Also vom Schaden her haben wir einen besseren Vorteil als der jetzt. Das steht fest. Wir haben nämlich gleich schon mal einen Turm. Oder auch nicht. Aber wir hatten den Elektromagier. Gegen den könnte ich die Skelettenarmee setzen. Ähm, der hat... Okay. Also, wenn wir Glück haben, gewinnen wir. Äh, ich werde jetzt... Ich überlege gerade... Ja, ich werde jetzt auf den anderen Turm gehen. Ähm... Das ist wieder die Karte. Das ist ja gerade egal. Äh, scheiße. Wie mache ich denn das jetzt? Okay, der hat schon mal unseren Turm. Aber dagegen konnte ich gerade nichts machen. Und wir haben Zuschauer. Aber unser... Sollte uns nicht stören. Wir haben nämlich einen Turmvorteil. Ich hoffe nur, mein Kumpel guckt mir gerade nicht zu. Weil sonst ruft er mich gleich an. Äh, wie machen wir das jetzt? Wir setzen die Banditen. Gegen den Turm. Das ist... Oder so. Oh Gott, ey. Also, ich muss gleich auf jeden Fall die Rakete setzen. Auf jeden Fall. Setz doch nicht dem... Oh, du Scheißtyp, Alter. Nee, mir reicht's. Er will, dass ich ernst spiele. Kann er gerne haben. Zack. Und zack. Nein! Leute, wir verlieren. Wir verlieren. Wir verlieren. Nein, 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 nein. Wir verlieren. Keine Chance. Oh, der macht so viel Schaden, Mann. Dieser... Oh, ich hasse den Typen. Der macht einfach nur zu guten Schaden. Aber einen Turm will ich trotzdem haben. Zwei Türme. Ey, wir kriegen wirklich zwei Türme. Hä? Oder auch nicht. Okay, wir haben verloren. Egal. Leute, dafür haben wir dreimal gewonnen. Hintereinander. Ich bedanke mich dafür fürs Zuschauen. Und tschüss. Ich bedanke mich dafür fürs Zuschauen. Ich bedanke mich dafür fürs Zuschauen. Das ist recht. Ärtere zirme. Dort bin ich bedanke mich.